Dezember 1993, die International Edition und die Collector's Edition kommen auf den Markt. Kurz nachdem Alpha und Beta auf den Markt gebracht wurden in den USA, waren alle Karten ausverkauft. Und der Bedarf an Karten der ersten Edition war immer noch gigantisch. Also entschieden sich Richard Garfield, Wizards of the Coast, dazu eine Sammleredition auf den Markt zu bringen, die für günstigen Preis ermöglichen sollte, all denen ein komplettes Set der ersten Editionen zu kaufen, die keine Chance hatten oder die ersten Editionen verpasst haben. Also einmal komplett alle Karten aus Beta im Original-Artwork mit, ich zeige euch das kurz, eckigen Kanten und einer veränderten Rückseite. Goldener Rand unter Aufschrift International Edition. Mit dieser Edition sollten all jene glücklich gemacht werden, die kein volles Set mehr bekommen haben, die vielleicht sogar auch gar keine Booster mehr aus der Zeit bekommen haben und die trotzdem eine wunderbare Erinnerung an die ersten Monate und das erste Jahr von Magic haben wollten, mit all den Original-Artsworks, mit der Originalgestaltung, dem Originalgefühl, den Originalpappe und allem, was dazugehört. Es war ein günstiges Produkt, man konnte es in einer Box kaufen, es waren alle Karten drin und jede Karte einmal. Es gab 10.000 Exemplare der Collect-Bus Edition und 5.000 der International Edition, also insgesamt 15.000 Mal jede einzelne Karte einmal. 15.000 Mal Ray's Dead, 15.000 Mal Weakness oder Sengiel Vampire und natürlich 15.000 Mal die Power Nine. Heute werden diese Karten, wenn überhaupt, im Oldschool gespielt und dort auch mitunter, je nach Regularium, je nach Tisch, je nach Regelwerk, als Turnier legal verwendet. Es sind aber streng genommen Proxys, aber alte Proxys, 30 Jahre alte Proxys aus den frühen Jahren und damit natürlich auch noch Originalkarten, mit denen viele Spieler heute auch noch ein warmes Gefühl im Herzen verbinden. Damit wollte also Wizards den Spielern ein Geschenk machen. Eine günstige Möglichkeit, nochmal an alle Karten zu kommen, ohne die Originalkarten von Alpha und Beta zu entwerten und ohne weißrandig weitermachen zu müssen, wie bei Unlimited oder Revised. Viele sollten die Chance haben, für nicht ganz so viel Geld ein komplettes Set zu bekommen, auch wenn es nur Proxys sind, zumindest diesen Eindruck der sammelwürdigen Karten zu behalten und damit auch ein Sammelprodukt zu haben, das vielleicht nicht in erster Linie den Spieler ansprach, aber doch den Sammler befriedigen konnte. Das war der Versuch also, der Gemeinschaft was zurückzugeben, natürlich auch Geld zu verdienen. Warum leite ich mit dieser Edition ein? Nun, was haben wir uns nicht alle in den letzten Jahren gewünscht, dass es mal wieder sowas geben würde? Stellt euch vor, ihr bekommt die Möglichkeit, diese alten Karten zu draften. Oder stellt euch vor, ihr bekommt die Möglichkeit, mal wieder so ein komplettes Proxyset für einen fairen Preis zu erstehen. Natürlich in anderer Gestaltung, vielleicht mit einem anderen Rahmen, vielleicht mit einer anderen Rückseite, aber die Möglichkeit, 30 Jahre Magic zu feiern für jeden von uns. Ich spinne mal, ja? 5 Euro Booster, Proxykarten von Beta zum Kaufen, aufmischen, 4 Booster hinlegen und ihr spielt ein Draft oder ein Sealed, 3 Booster oder 6 Booster, je nachdem wie viel ihr braucht, je nachdem wie viele Karten drin sind und ihr erlebt nochmal das Originalgefühl von Magic damals. Stellt euch vor, wie grandios das gewesen wäre. Oder stellt euch vor, ihr bekommt wie 93 im Dezember eine Box, eine Sammelbox für 99 Euro. Alle Karten von Beta in der Originalgewandung, im Originalstyle, vielleicht abgewandt, anderes Logo, andere Rückseite, andere Kartengröße, ja vielleicht auch Oversized-Karten, whatever und könnt die sammeln und spielen. Stellt euch vor, was für ein Geschenk an die Community, wie im Dezember 1993. Ein cooles, ein günstiges, ein wunderbares Produkt und eine Liebeserklärung. Jo, jetzt haben wir 30 Jahre Magic The Gathering. Wir feiern das Jubiläum. Wizards hat, ich lege jetzt mal eine schöne Seite hier hin, die ich mal liegen lasse, das ist nicht so unruhig, Wizards hat sich entschieden, uns tatsächlich diese Karten zurückzubringen. Ja, wir bekommen sie wieder. Nicht genau so, wie ich es gerade eben beschrieben habe, nein, viel, viel, viel großartiger. Wizards of the Coast präsentiert die 30 Jahre Jubiläumsedition. Ich muss mich echt festhalten, dass ich hier nicht vom Stuhl falle. Hier bekommt vier Booster mit Beta-Karten. Ja, die könnt ihr kaufen. Vier Booster mit Beta-Karten, 15 draftbare Beta-Karten in der klassischen Verteilung. Cummins, Uncommons und Rares. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr vier Booster kauft in einem Sammler-Pack, so wird es erscheinen als Sammler-Display, dann bekommt ihr vier Rares aus dieser Zeit. Ihr könnt einen Time-Twister ziehen, ihr könnt einen Time-Walk ziehen, ihr könnt einen Vesuven-Doppelgänger ziehen, ihr könnt das alles ziehen, den Timmy, alles im Original. Stellt euch das vor. Und jetzt kommt der Knaller. Es kostet nicht 5, nicht 10, nicht 50, nicht 90. Es kostet 999 Euro. Jawohl, Freunde, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Jetzt ist also endlich der Traum wahr geworden. Und die lieben Spielerinnen und Spieler, alle die Fans, Aficionados, die Oldschool-Community, alle die Junggebliebenen und Altgewordenen, dürfen sich nun endlich wieder diese Karten kaufen. Klar, als Proxys, wie damals schon, mit einer anderen Rückseite, mit einem anderen Logo, diesmal sogar hauptsächlich auch mit einem neuen Kartenrahmen. Das heißt, ihr bekommt nicht den alten Kartenrahmen, ihr bekommt den gegenwärtigen Kartenrahmen, was ich, Klammer auf, ganz ätzend finde, aber das ist Geschmackssache. Und es wird sogar noch einen Kartenslot geben, wo ihr die Chance habt, diesen alten Kartenrahmen zu erleben und dabei sogar auch nochmal eine Rare zu ziehen. Das heißt, rein theoretisch, wenn sich genug von diesem Produkt verkauft, können wieder altrandige Power9-Karten gezogen werden. Ein altrandiger oder ein originalrandiger Old Frame Black Lotus. Ihr könnt das wieder ziehen. Ist das nicht unfassbar? Ja, und das Ganze für 999 Euro. Also Ironie-Modus aus. Das, was wir jetzt angeboten bekommen, es wird auf allen Kanälen hoch und runter gejagt. In Twitter explodiert gerade die Stimmung. Das, was wir jetzt angeboten bekommen, ist die universelle Beleidigung der Liebhaber und der Community. Das, was jetzt auf den Markt kommt, ist der fette Mittelfinger. Für die Oldschool-Spieler, für die Leute, die sich an damals erinnern, aber noch viel, viel schlimmer, es ist der fette Mittelfinger für Leute, die kein Geld haben. Dieses Produkt, das jetzt erscheint, ist im besten Wortsinn ein asoziales Produkt. Es ist verkommen. Es ist moralisch vollkommen verkommen. Das muss man einfach so ganz ehrlich sagen. Hoffentlich hört jemand zu, der da Entscheidungen trifft. Wahrscheinlich nicht. Ich bin nicht viel zu unbedeutend. Aber es ist moralisch verkommen. Wieso? Nun, Magic the Gathering bedeutet, wir kommen zusammen und spielen. Bedeutet auch, wir haben Geselligkeit. In kalten Winternächten, auch in Zeiten von Krieg und Krise und Konflikten, haben wir die Möglichkeit, uns zu erfreuen, aneinander, Gesellschaft und Gemeinschaft zu genießen. Und das für einen fairen Preis. Ein Booster kostet normalerweise drei bis fünf Euro, nicht die Luxusprodukte. Wizards geht gar nicht aus seiner eigenen Firmengeschichte ein, indem es daran denkt, wie haben wir das damals gemacht? Haben wir denn damals nicht auch ein schönes Produkt geboten für einen fairen Preis, ein komplettes Fullset von unseren Erinnerungskarten? Nicht turnierlegal, nicht spielbar, aber für die Liebhaber und Sammler. Nein, nein. Wizards sagt, ihr gehört nicht dazu. Das Produkt ist nicht für euch. Kauft euch irgendeinen billigen Scheiß. Ihr seid zu arm. Liebe Leute, ihr seid zu arm für diese Karten. Ihr kriegt die nicht. Wizards verkauft 999 Euro teure Proxys. Ja, nochmal. Ich fasse es nochmal zusammen. 999 Euro teure Proxys mit anderem Kartenrahmen von Beta in vier Booster, die man draften kann. Herzlichen Glückwunsch. Und die Aussage, die man uns allen und damit, ich sage mal, 99 Prozent der Community vermitteln möchte, ist, ja, wir feiern Geburtstag, aber ihr dürft nicht mitfeiern. Kauft doch Brothers War oder kauft den anderen billigen Scheiß. Die coolen Proxys, ja, die kriegt ihr nicht. Könnt ihr euch nicht leisten. Ja, so ist das leider. Ihr gehört nicht dazu. Ich gehöre nicht dazu. Du gehörst nicht dazu, lieber Zuschauer. Die meisten von uns gehören nicht dazu. Dieses Produkt wird sich in den USA wahrscheinlich wie bekloppt verkaufen, wie geschnitten Brot. Wobei ich alle YouTuber, die ich bisher kenne, gehört habe, die mir gesagt haben, sie kaufen es auf keinen Fall. No way. Sie lassen sich nicht verarschen. Sie wollen sich nicht beleidigen lassen. Das ist ein Rip-off. Und einige haben schon gemutmaßt, wahrscheinlich haben sich die Macher von Wizards irgendwo bei einer Flasche Schnaps eingeschlossen und sich über uns Handel totgelacht. Und über die Blödheit all derer, die das kaufen werden. Ja, denn es wird welche geben. Ich bin mir nicht sicher, ob das in Deutschland oder Europa sich gut verkauft. Wir haben hier nicht so diese große Millionärsdichte. Bei uns ist die Anzahl der Porsche Cayennes und der überdachten und geheizten Swimmingpools in irgendwelchen Altbauwillen ja doch ein bisschen geringer. Obwohl wir immer noch zu einer sehr wohlhabenden, ich meine, Deutschland ist ein sehr wohlhabendes Land. Auch in Europa gibt es sehr viele wohlhabende Menschen. Aber ich glaube, dass selbst die wohlhabenden Leute, die durch eigene Arbeit zur Welt gekommen sind, sich sagen werden, so bescheuert bin ich nicht, dass ich mir für 1.000 Euro vier Booster von Proxys kaufe. In den USA ist das vielleicht anders. Anderer Hype, andere Mentalität, everything is affordable, jeder kann alles kaufen. Alles kann man kaufen. Viele, viele Millionäre, Wales, Rich Kids, die wollen wahrscheinlich den heißen und geilen Scheiß kaufen. Viel Spaß damit. Ich persönlich fühle mich entfremdet von der Firma. Ich fühle mich schon lange entfremdet von der Firma. Deswegen spiele ich hauptsächlich Oldschool, Premodern, Ice Age Block Constructed und solche Geschichten. Ich kann mit der kompletten Marketingpraxis von Wizards der letzten Jahre gar nichts anfangen. Mich interessieren weder Bling-Bling-Foils und tausend verschiedene Border-Varianten für sehr viel Geld. Noch interessieren mich die meisten Kollektor-Produkte. Das ist alles nichts. Das ist alles Geldmacherei. Da ist meines Erachtens keine Wertstabilität, kein Wert. Da ist keine moralische Passung drin. Da ist keine Emotion drin. Kein Gefühl. Das ist alles nur Massenprodukt. Und so ist es mit diesem erbärmlichen Nachdruck jetzt auch. Wir kriegen diese Karten, diese wunderbaren, nostalgischen, herrlichen Karten, die gedacht sind wie Proxys. So wie diese hier. In neuem Rahmen, was an sich schon ein Verbrechen ist. Und das Ganze als Proxys. Ich sag's nochmal. Vier Booster für 1.000 Euro. Heißt, ein Booster 250 Euro. Viel Spaß beim Draften, liebe Freunde, liebe Zahnärzte, liebe Kieferorthopäen, liebe Lottomillionäre. Ja, viel Spaß. Unser 1 Fußvolk. Die vielen, vielen Millionen, Millionen von Spielerinnen und Spielern da draußen. Wir gehören nicht dazu. Wir dürfen beim 30. Geburtstag leider nicht mitfeiern. Wir müssen leider draußen bleiben. Wir müssen das billige Zeug kaufen. Ist okay. Ich sag euch was, ich kauf gar nichts. So einfach ist es. Ich steck mein Geld in meine Gasheizung. In meine Kinder. Schönes Essen. Schönen Urlaub. Und ansonsten alte Karten. 999 Euro für vier Booster. Proxys. Alte Karten in neuem Kartenrahmen. Mit dem, ja, rubbellos Gefühl. Man könnte ja einen Black Lotus ziehen. Ich kann nur sagen, kauft das nicht. Aber das brauche ich euch nicht sagen. So schlau seid ihr selbst. Ansonsten machen wir weiter wie bisher. So viele Rants wird es nicht mehr geben. Das ist nicht mein Style. Ich möchte auf diesem Kanal genießen. Spaß haben. Fröhlich sein. Nostalgisch. Das Leben ist schlimm genug. Wir müssen uns nicht noch mit den bösen Absichten und der moralischen Verkommenheit von großen Konzernen auseinandersetzen. Haken dahinter. Ich habe das jetzt mal gemacht, weil Leute wissen wollten, wie ich darüber denke. Hiermit habe ich diese Aufgabe erledigt. Und jetzt wenden wir uns wieder fröhlichen Dingen zu. Bis dann. Tschüss.